Happy Birthday, Pick Pick. Happy Birthday, Mehr Hasan Chachar. Happy Birthday, Pleasant Sun. Happy Birthday, Usmane Ibn Cohen. Happy Birthday, Amandine, Amandine. Happy Birthday, Angel Gerardin Kachakukuk. Happy Birthday, Angel RGG. Und ich spiele auch immer wieder Free Fire. Ich denke mal, ich spiele, 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 spiele. Oh, Cosmic Rays. Viel Spaß. Cosmic Rays ging noch nicht, war noch nicht freigeschaltet, deswegen spiele ich Clash, Clash Squat. Viel Spaß. So, nein. Ich habe meine Figur auf Heal ausgelegt. Also ich habe den Charakter neu gekauft und den habe ich komplett auf Heal gemacht. Mal schauen, ob der Heal hilft oder nicht. Ich habe meine Figur auf Heal zumindest. ok es hat glaube ich ein bisschen geholfen wieder keine mp5 leider das habe ich noch bitteschön oh wir sind hier nur so dritt sehe ich gerade ja 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 1st Blood Thanks Oh Ok Adrenaline Leute, ihr seht ihr was Das war's. Oh Yeah Das war gut Schon wieder im Westen? Das kann doch nicht wahr sein Drei Weitereinander im Westen? Ich glaube ich mach nur die eine Runde Noch einer was? Drei 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 wow, nice schön, das war sehr schön war ich wieder der beste Spieler? Red Bardock, das bin ich alles nur auf hier ausgelegt okay, schauen wir mal, wer am meisten Schaden gemacht hat 2600 war der beste von allem wow, nice das erste Mal, glaube ich okay, vielleicht nicht das erste Mal, aber super und die zweite Runde geht los ich hoffe, die wird genauso gut wieder gleicher Charakter ich gehe wieder auf hier los, lauf, lauf, schneller ja 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 Locher? ob treffe ich den nicht? einer fehlt noch vielleicht der afk und steht am anfang oh nice oh schon wieder beste was ist heute los? eine mp5, oh das ist schön sehr schön für die leute die bis hier hängen die runde mag ich nicht so gerne da sterbe ich immer ganz am anfang ja oh da war ich jetzt nicht so gut aber wir haben trotzdem gewonnen okay okay So, dann rennen wir gleich erstmal in der Scheune rein Oh So Das war ich ja noch weniger gemacht Aber schon gut, schon gut Ah, ich dachte ich könnte nochmal ausrüsten Braucht keiner etwas Dann kaufe ich mir noch schnell Einmal die 5 Oh, why, why Ich habe meine Eck-up Ich habe meine Eck-up Nein! Ah, er hat mich gekillt! Jawohl! Shit! 1.800 Schein, diesmal gemacht. Ja, war besser. Das war's. Okay! Soll ich nochmal eine schnelle Runde machen? Ich glaube, ich mach nur eine schnelle Runde. Also, okay, und die dritte Runde fängt an. Die zweite, aber ist ja schon die dritte. Gleicher Charakter, gleicher Anfang, wie immer. Wenn man gut mit der Pistole schießen kann, dann ist natürlich noch besser. Ich bin sozusagen noch ein Anfänger mit den Schießen. wiedergeräusch 1.5 1.5 3.5 2.5 Das war's für heute. Das war's. Ah, Mist, weit gewüpft. Hey, schnell, 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 ich überlebe noch. Boah, Gott sei Dank. Die Runde war jetzt aber knapp. Das wird spannend, ich bin schon ganz aufgeregt. Das ist es. Ah. Nee, nee. Okay. Ich glaube, jetzt werden wir verlieren. Jetzt. Jetzt haben wir verschießen. Okay. 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 Ich glaube, ganz schlecht gerade. Wir verlieren Ach ja ... ... ... ... ... ... Weißt du, der einen von nicht gekillt? Warum lebt denn der wieder? Das verstehe ich nicht. Gott. Das verstehe ich gerade nicht. Gott in einen. Oder war er nur angeschossen, nur nicht tot. Hat er dort dann? Guck mal! Oh Was ist das? na gut ok das war jetzt die dritte runde leider 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 war es nicht so gut gewesen war der zweitbeste aus dem team und der fünftbeste aus dem ganzen spiel dann sage ich mal dankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn auch nächstes mal dabei seid das habe ich euch viel spaß und auf wiedersehen und